Oh jetzt halt dein Rucksack mit, hier liegt ein Motor, man. Ich könnte mal zeigen, wie das geht. Leck mich. Da ist er. Ja, wenn ich tot bin, kannst du meinen Rucksack nehmen. Okay, komm mal kurz her. Ne, warte. Da fehlt doch schon wieder einer, oder nicht? Ich bin hier, kurz weiter hinten. Wo ist Blei? Da. Bei dir. Ich bin bei euch. Grashelm, wir haben noch einen Grashelm. Das ist verwirrend mit den Grashelmen. Da ist der! Wieso schießt ihr mir einen Arm schwarz? Das ist ein Idiot. Weil er es kann. Da flicke ich den mal schnell. Das ist so ein Idiot. Mann, Mann, Mann. So ein dummes Schwein. Drei Mann und mich trifft er. Immer. Ich habe einen besonders dicken Arm. Meine Skefs. Er lacht wieder. Ja. Blei erheitert mich. Ja, warte. Ich kann noch sein. Ich brauche doch die Skefs. Na ja, dann renne zu deinem Skef. Was ist da vorne? Wir warten ja hinten. Wir warten ja hinten. Ich bin da hinten. Ich sitze hier vorne, links an der Ecke. Da läuft ja in Kassen lang. Stefan, du bist noch hier hinten irgendwo? Ich bin schon ein Stück weiter vorne. Links an der Wand. Ich bin hier rechts. Ich bin hier rechts. Eierlich. Noch ein Motor. Alter, das Spiel will mich doch fertig machen. Wen habe ich? Da war noch einer. Der ist noch mal hier hinten. Hab ich auch. Okay. Kommen wir zurück. Wenn einer einen Rucksack hat. Da ist noch einer. So mal auf jetzt hier. Weiter vorne aber noch einer. Links von euch ist quasi. An der Wand bin ich. Liga auf der Erde. Oh, klick, klick, klick. Hörst du das auch so laut? Ja. Noch lauter. Ich habe ja das Magazin vor der Nase gehabt. Es war Niki lauter, Junge. Oh ja. Ich bin noch. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Wo ist der andere Skiff gewesen? Hier hinten ein Wartauer. Wo ist denn? Irgendwo hier von einem Kassen noch. Der kommt grad hintergerannt. Ich komme mal zurück. Er dreht sich doch hier hinterm Regal, alter. Hier, wo ich leuchte. Dahinter dreht er sich. Hä? Warte, ich komme mal hin. Hier. Hier. Klappe. Ich stehe wieder rum. Jetzt links dann. Aspen? Nee. Das ist auch ein Spieler gewesen. War ein Spieler. Ja. Einfrau. Ach. Geräusche. Wie schattet das? Oh. Ja! Ja! Oh! Stefan, noch mal den Stefftot. Wo ist denn der? Vorne an den Kassen irgendwo. Ich geh ja in den Arsch. Noch eine Kranata! Ist das ein Spieler oder was? Ah, ist noch ein Spieler. Alter! Ist doch nicht normal. Das war noch ein Spieler. Doch, ich bin tot. Achso, ich dachte, du warst schon längst tot. Nö. Ich lag... Ey... Nö. Schwanz in den Arsch. Genau, melden. Erstmal wegen Namen und zweitens. Wie kann denn der mich dort sehen? Ich lag im Müll in dem Loch drin. Ja, der konnte mich dort gar nicht sehen. Ich lag im Müll, aber... Ich hab keinen Mucks gemacht. Die hinten an der Wand lang, was? Oh. Ja. Na, auch hier vorne am blauen Zaun ist ein Spawn, glaube ich. Ja. Oh Mann, was ist denn das für ein Geruckel? Ich hab grad geschlüpft, ja. Skill und du uns auf Level 10, ja. Okay, ich seh ihn. Da ist er. Im Benchis Bereich. Okay. Jeffs, we are coming. Ja. Ja, ich hör' ich schon. Das ist Killer, aber gleich kriegst du dein Brett. Kann doch oben gewesen sein. Komm, wir gehen mit Stefan mit. Äh, die haben mir den Strom angemacht. Ist das gut oder schlecht? Richtig. Schlut. Schlut. Hä, sch. Hä, sch. Hä, hä, hä 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 hä. Ey, wer rennt über Metall? Links, ja, ja. Hab ich grad gehört. vorne steht ein skeff wenn die hochkommt links gerade links links sind da will mich wohl bängen also irgendeiner hitze kriegt ich hab ich muss ja hier rein sind damit getötet hier in der zier ja ja hier in der zier hätt ich noch mal gepiekt wäre es weg gewesen irgendwo rechts an den kassen wurde er ich nehme jetzt painkiller und renne los so ein geistesfrauber habe ich irgendwas erschossen klar ist nichts gehört sehen auch nicht nein nicht das mag weg sein licht anmachen oh ja ich habe erschossen da vorne ist ein skeff wo ist denn da vorne na hier wo ich hin leuchte vor an den kassen vorbei und nicht mich erschießen hier das bin ich ja oh da habe ich noch ein spiel erschossen ich sehe den skeff nicht ja ein zweiter spiel jetzt zwei ausschossen oder was nö in der insgesamt zwei nur der anders war nur einer hier ich sehe den skeff nicht da hat sich ps doch schon bezahlt gemacht ja krieg mich mal kurz vernehmt das egal und da kommen meine arm dran ja 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 ich sehe nicht ich sehe nicht er kommt nicht zu dir du musst du schon hinlaufen da ist er doch Mann Minus da ist noch einer da ist noch einer boah alter wo denn du ja wenn ich wüsste wo oh level 5 ich lass ihm mal sein zeug man hört den skeff und sieht ihn nicht mein bauschaum muss mit schau baum schau baum show me your baum oh motor diesmal nehme ich den mit hast du einen rucksack ja ich habe auch einen motor hier vorne ist ja nicht so dass hier nicht noch einer liegt boden weg von meinem motor sonst schwab ich doch Tobi seine Motoren sind in mein Lager gewandert worden achso ja ja wäre scheitert rum gewesen sonst ja komm her das geht oh alter das war ja alles ne ne alles gut das war doch hier unten irgendwo oder ja hier vorne raus und links und dann rechts oh ruhe da ist doch ein skeff bin ich mir nicht so sicher ist grad gerannt ok ok ich bleib verstehen so wie wir haben wartet mhm vielleicht denkt er es war unten oh granate ja unter uns wer hat da licht ne der kommt hin unter uns oh ich hasse diesen sound alter ja das war unter uns das war unten ja das war unten hör dich auch warte und da war licht dahinten durchgeglitscht mhm oder da haben wir hier links oh und dann war es unten dann rechts so ich bin durch wo müssen wir hin er ist abarmungslos zusammengebrochen oder ok ne der ist tot ja ich bin da nicht gelade warte 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 weg 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 da haben gut ne ja aber jetzt hier bin ich gebürt ja der vorne hat er grad noch das ist gefft geschehen oder den haben wir umgenäutet warte 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 weg 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 ok aber schreit immer nur weg weg dann läuft er halt vorne weg Ich erhebe rein und du hast genau den Kopf in meinem Dings. Dann lauf doch nur vorne weg, wenn du es brauchst. Müssen wir dir auch nicht vor der Waffe rumtanzen. Jaja, ich weiß. Ich schiegle meinen Finger. Das reicht schon. Aber du brauchst sie ja trotzdem, weißt du, wenn wir sie dir erschießen. Dass ich den Dreck weg habe. Hier liegt der Junge, wie so eine Matroschka. So. Markier erstmal. Durchs Loch müssen wir aber jetzt nicht. Nee, nee, nee. Links vorbei, links vorbei und dann geradeaus ein Stück. Du müsstest eigentlich sehen, wird fast. Jaja. Ja, ich seh da ein, ob das da jetzt ist, weiß ich nicht genau. Das ist ja. Merken wir die immer nicht. Mann, ich hab keinen guten Sitzplatz, Mann. Ja, kommt einfach her, dann gehen wir zum nächsten. Irgendeiner hat ein Duffelback aufgemacht. Wir nicht. Wir nicht. Kann doch oben sein. Was ist das da mit dem Sound? Ja. Da kommt er. So. Immer weiter, immer weiter. Ja. Am Loch vorbei und dann rechts rum. Los geht's. Wo schießen wir was, oder? Ja. Noch eins? Nee. Rotter. Ja, der ist hier oben. Ja. Wie weiß das. Hier ist das. Ist das sicher? Würde ich auch sagen. Ja. Ja dua kommt dann nem runter. Ihr seid schon weiter, oder was? Ich bin da gerade markiert. Ich bin am Bus gewesen. Ich liege da noch. So, jetzt müsste ich eigentlich noch meine Bücher abholen. Aber wir können auch erst mal raus und dann nochmal rein. Dann läuft's zum Bus, ja. So, hier bin ich. Ah, ich hätte dich da jetzt nicht gesehen. Ich komme vor. So, dann rennen wir hinten raus und zum Emmer kommen, oder? Ja. Dann müssen wir. Hatten schon mal ein paar Skepsis hier vorne. Hier ist ein Spielplatz. Völlig falsch. Nö, nö. Wollt er links rum, ja. Wir können auch in der Garage weiterlaufen, wenn ihr wollt. Los, laufen wir in der Garage weiter. Da war ja vorne der Ausgang. Ja, ja. Da sind die Leute mir jetzt noch ein bisschen vom Gott. Ja. Skev? Ja, du? Ist er wahrscheinlich da, wo er gerade war, oder? Nö, nö. Da ist er. Da am Zelt. Ist er tot? Nee. Gute Lappen, Alter. Tschüss, ich habe mich ja überlebt. Überlebt es, Alter. Alter, macht er einen Lärm. Er ist gesprungen. Ich. Da oben quark das, gell? Oben ist der. Ist doch mal hochgehen. Na, die Rampe ganz hoch. Oder hoch gucken, oder so. Vielleicht kommt er ja runtergestiefelt gerade. Auf dem Weg, ja, ja, oben. Ja, der ist oben. Wer schießt? Ich nicht. Oder ist er an der Garage? Klingt so dumm, irgendwie. Nö, das... Ja, ich glaube, wir kriegen gleich Besuch. Ja, lass uns lieber abhauen. Ja, komm. Aufgeschissen. Was war denn das gerade? Das ist der Futterfranke, so wie vorhin. Da kommt er. Komm, nicht springen. Oh, Mann. Wie schnaufst du denn so? Hast du dich wieder voll gelootet bis und das Dach, ja? Gibt's doch nicht so einen Loot-Gaio. Boah, das hat doch geklappt. So, von Schönen. Jetzt hat er doch nie Platz. Mein Koffer ist mit. Es ist mit... Peace. judgement... Musik 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 Musik